Bist du das schon über den Dobermann? Rasseporträt Wie aggressiv sind Dobermänner? Ein gut erzogener und gut sozialisierter Dobermann wird nicht ohne Grund beißen. Wenn es doch mal zu einer Beißattacke kommt, ist es oftmals die Schuld des Hundealters. Ein Dobermann ist mittelgroß, muskulös und kräftig. Für manche entspricht ein Dobermann dem idealen Leitbild eines Hundes. Für wen eignet sich ein Dobermann? Diese Hunderasse gehört zu den intelligentesten Hunden der Welt und braucht auf jeden Fall eine sinnvolle Beschäftigung. Dadurch ist er besonders als Diensthund, allerdings auch als Rettungshund geeignet. Ist ein Dobermann ein Anfängerhund? Nein, er ist auf gar keinen Fall ein Anfängerhund, denn er sollte von Anfang an konsequent und fachlich kompetent erzogen werden. Wie alt wird ein Dobermann? Im Durchschnitt wird ein Dobermann ca. 12 Jahre. Unser Fazit Der Dobermann ist ein beeindruckender Freund des Menschen und in den richtigen Händen ein leistungsfähiger und eleganter Wegbegleiter. Du willst alles zum Thema Hund wissen? Dann mach jetzt das Plus weg!